Hey Leute was geht? Florian23 ist hier und ich habe heute was neues für euch. Ich will so eine Serie neu starten, was heißt neu starten, halt so beginnen und ja ich spiele heute FIFA 14 Virtual Gaming um 6$ gegen einen der ist ziemlich gut, Skill Level 6, also für die Leute die Virtual Gaming nicht kennen, Skill Level 6 sind meist die Besten auf der Seite. Hat auch schon ganz viele gute geschlagen, kann man nichts sagen. Es ist gerade 4 Uhr morgens am 24.03.2014 und ich bin ziemlich müde, aber ich habe mir so gedacht, mach ich noch ein Match vorm Schlafen gehen. So, so sieht meine Ausstellung aus, was ich von dem Gegner erwarte auf jeden Fall. Ich werde kaum Ballbesitz haben, das ist mir jetzt schon mal klar. Was mache ich denn da? Und ja, mal gucken was so geht. Den Ton habe ich jetzt mal rausgeschnitten, damit ihr mich besser verstehen könnt. Aber ich guck mal so, wie das jetzt ist. Und ja. Oh, das wird hart, das wird hart. Nein, falls ich die 6$ verliehen sollte, wäre es auch nicht schlimm. Ich meine 6$, wow. Was kann man sich damit kaufen, ey. Auf geht's. Bayern gegen Bayern. Ähm, so gucken wir mal. Der muss gut sein. Was ich auch sagen muss, ist es um 3 Uhr morgens. An die 4 Uhr morgens. Es ist auch schwer, ein Gegner zu finden. Deswegen habe ich ihn auch genommen. Weil da kaum Leute in der Lobby waren. Ist ja klar. Er ist schon um 4 Uhr morgens wach, äh, äh, in Deutschland zum Beispiel. Und, spiel, spielt Virtual Gaming und jetzt wird es gefährlich. Jetzt, aber es ist ganz stark gemacht. Aber, ah, jetzt gibt es auch den Freistoß. Ah, das muss man nicht unbedingt pfeifen, aber, mein Gott. Es war kein schlechter Freistoß, auf jeden Fall kein schlechter Freistoß. Wie steht denn da keiner? So, jetzt. Ich hoffe, wenn ich gewinne, bin ich nicht aufs Kilo Level 6. Ich habe eigentlich recht gute Stats und aber ich glaube es ja nicht. Ich glaube es nicht. Wir sehen hier schon, diese, diese Seiten, Seiten, sind ganz stark von ihm, aber das war, sind gut gemacht von mir. Jetzt schnelles Umschalten. Ah, das war nicht gut. Das war nicht gut. Das war auch nicht gut von ihm. Und da ist, oh mein Gott, oh mein Gott. Da haben wir jetzt Pech. haben wir seinen Fehler nicht ausgenutzt. Ziemlich bitter. Das war jetzt bitter für mich. Hätte das 1-0 sein müssen, nach diesem katastrophalen Fehlpass von ihm. Ach, geil. Das war eigentlich ganz gut gemacht. Thiago, Thiago, Flanke kommt stark. 1-0. Ganz stark. Mare, Mann, Zuckitsch. Super gemacht. Ja, das ist mein erstes Match seit zwei Tagen mal wieder. Bin ja so nicht wirklich eingespielt, aber das kann man sich mal geben hier. Natürlich, Mann, Zuckitsch. OP. Okay. 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 Lässt er weiterspielen, okay. Stark, Thiago. Ist ja nicht so gut. Kann auch ruhig pfeifen. Ah, jetzt lag der ein bisschen. und mit Zuckitsch. Oh, ne, 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 ne. So nicht, so nicht. Auf jeden Fall hat er so Typen wie Yorick geschlagen. Ihr könnt wahrscheinlich mit dem Namen nichts anfangen, wenn ihr nicht wirklich hingespielt. Auf jeden Fall sind das richtig gute Spieler und Oh, nein, nein, oh mein Gott, da hab ich gelackt und dann und der muss natürlich rein, also aber neuer, ey, aber der muss trotzdem rein. Scheinsteige jetzt. Die kommt gut und was? Ey, ne, 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 hätte es sein müssen. Boah. Ah. Also hätte er echt müssen. Oh, es tut mir leid. Natürlich nicht. Starker Ball. Ah, schade. schade, 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 schade. Natürlich liegt er, glaube ich, immer noch verletzt am Boden. Das ist natürlich cool. Ne, ne, also, ganz ehrlich, so bestimmt nicht. Ah, das kann teuer werden. schön. Ah. Ne, ne, ne. Ja, ich hab ihn eigentlich ganz gut im Griff. aber in FIFA kann ja viel, viel passieren. Und das war ganz stark. Ah, diese Ballernahme. Diese Ballernahme von Robin. Was macht er denn da eigentlich? Der macht, der spielt viel zu kompliziert. Wahrscheinlich wartet er, bis ich rausrück, damit er mehr viel Platz hat, aber er macht ja eigentlich auch gar nichts draus, wenn er mal durchkommt. wie man hier zum Beispiel sieht. Müller. Und das macht er ganz stark. Ich würd nicht sagen, doch, unverdient. Das ist unverdient. Das ist einfach wieder unverdient. Er hat ja nicht wirklich so eine Riesenmöglichkeit. Ich hatte mehr Spielanteile. Da muss ich aufpassen, naja. Ja, hab ich gesehen. Nice. Nochmal ne Ecke. Oh je, oh je, oh je. Nein, das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein fucking Ernst, Alter. Es ist nicht dein Ernst. Ne, ne, ne. Und so verliere ich meine Matches bei Virtual Gaming. Genauso und nicht anders. Jedes Mal. Ich hab nie Glück auf dieser scheiß Seite. in dem Scheiß-Spiel, ey. Zeit kann ja nix für. So eine Scheiße, ey. Ohne Witz. Und das demotiviert natürlich wieder. Und das demotiviert natürlich wieder. Ist ja klar. Wenn ich so in den Rückstand komme und davor eigentlich die viel bessere Mannschaft war, also kannst du mir erzählen, was du willst. wenn er, wenn er, hey. Was ist mit dem los? Ohne Scheiß. Jetzt will er zu viel. Wenn ich da einfach mal Lack hab. oder da mal Lack hab. Ah, jetzt ist man zugeschaft hinaus und das ist. Ah, schade. Könnte auch gerne mal abpfeifen, jawohl. Also, das erste Tor, das zweite Tor, das war ein Witz. Ein richtiger Witz. 7 zu 5 Schüsse für mich. Kann man nix sagen. Er hat deutlich mehr Ballbesitz. Hab ich aber auch gesagt. Vor dem Spiel. Ich hab's auch gesagt. Ich bin nie einer, der auf Ballbesitz spielt. Habt ihr ja gesehen, was hat er mit seinem 60% Ballbesitz angefangen? Ja, gar nix fast. Das war ganz stark gespielt. Und das war zu früh. Das war zu früh. Nicht gut zu Ende gespielt. Alter, was hat denn der für eine Ballbeherrschung? Richtiger Ballmagnet. Nee, nee. Das war nicht gut von ihm. Davor war es schick, aber das, also mit so einem Abschluss, was bringt dir das dann? Was, okay, was war das jetzt? Ah, aber manchmal bei FIFA frage ich mich, was ist da los? was? Ja, ich wollte Körperantastung machen und dann kommt sowas dabei raus. Ja, super. kann man auch mal das Kofferdudel gewinnen in der Mitte, wenn man einen Zuckitsch drin hat, aber naja. Kommen wir wieder auf das Thema Luck und ja, Luck. Fremdwort für mich. Ah, das ist auch wieder, ach, nee. Das sind so Kleinigkeiten, die den Unterschied machen. Jetzt macht er wieder hier wieder einen Fehler. Ja, er spielt nicht allzu gut, das ist, oh, da wohin wollte ich nicht passen. und jetzt kriege ich das Gegentor. Oder auch nicht, weil er vielleicht scheiße ist. Das war gut gemacht. Ribéry. Ribéry. Natürlich war Müller in der Mitte und nicht mal ein Zuckitsch. Warum auch? Die Zeit rennt mir ein bisschen weg. Oh, was macht denn der da? Es pisst mich so an, ey. Was macht der denn? was macht er denn? Was macht er denn? Das gibt mir übel auf die Nerven. Was hat er davon das hier? Und dann hat er wieder einen Ball. Ja, wieder lackt. Jetzt lackt er wieder und kriegt nochmal den Ball, obwohl ich ihn schon abgeblockt habe. das nervt. Das nervt. Natürlich, er kann den Ball laufen lassen, er führt. Macht er auch schlau. Pfff. Pfff. Also, nee. Nee. Jetzt hat er das 3-1-Pack gemacht, dann als Sock. Naja, 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 naja. Ey, der geht mir so auf die Nerven, ey, Jungs. Ey, ohne Scheiß. Ich laufe jetzt auf ihn zu. Er kriegt halt Freiraum. Bring mir aber auch nichts, die ganze Zeit, ihn zuzugucken. Hätte man zu, jetzt bisschen bessere Passwerte, steht's ja 2-2. Gibt's für uns. Ja. Sehr nice. Okay. Und das ist einfach, finde ich, schwach von ihm. Er hat kaum groß was geleistet, aber gewinnt halt trotzdem. Das ist wieder so typisch. Jetzt hab ich ihn outplayed. Nee. Okay. Ich soll den Sieg nicht haben. Ich hab's schon gemerkt. Ich soll den Sieg nicht haben. Na gut. Na gut. Mein Gott, daneben nicht, Alter. Scheißspieler, ey. Ohne Witz, Mann. Das darf nicht wahr sein. Jetzt aber. Ja. Jawohl, so verdient. So verdient. So verdient. Mein Gott. Darf doch nicht wahr sein, ey. Darf doch nicht wahr sein. Drei Minuten, vielleicht geht da ja noch sogar was. Ja. Ja. Nein. Nein. Das hat er auch noch mal in den Konten. Nein, 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 nein. Jawohl. Puh. Oh. Ist gar kein Abwiff. Ja, bei Verlängerung, falls ihr es noch nicht wusstet, gibt's, äh, bei, bei Unerschieden gibt's Verlängerung. Und nach der Verlängerung gibt's halt Elfmeters schießen. Sehen wir nochmal hier die Statistiken. Ballbesitz ist so geblieben, aber habt ihr ja gesehen, was er mit seinem Ballbesitz angefangen hat. Schüsse 12 zu 7 und dann tun wir jetzt mal Shakiri rein für Ribéry. Scherdan. Das kann weitergehen. Bei kommt Groß für Müller. Okay. Und Manzukic für Shakiri. Er hatte, ah ne, doch, 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 doch. Er hatte Manzukic ganz seit draußen. Will der mich verarschen? Will der mich ver... Wie kann man Manzukic draußen lassen? Ohne Scheiß. Das ist das dümmste, was du machen kannst. Das ist das dümmste, was du machen kannst, wenn Manzukic draußen auf der Bank hat bei Bayern. Im besten Stämmern spiel einfach nicht. Einfach nicht. Oh, man, nein. Kann ich da nicht einmal Lack haben? Elfer? Nee. Hat er Glück gehabt? Hat er Glück gehabt? Hat er Glück gehabt? Das war klar. Hat eigentlich schon gepasst, aber naja. Komm, wieder sein nerviges Spiel. Kann ruhig in die Mitte durchkommen. Habe ich kein Problem mit. Sorry, falls ich auch wenig sage, weil ich muss mich halt natürlich auch konzentrieren. So. Okay, Halbzeit. In der ersten Halbzeit kaum was passiert. Müller ist tot. Pizarro macht's. Auf geht's. Trau dem Pizarro. Auf geht's. Oh, das kann teuer werden. Das kann teuer werden. Boah. Lauf, Robben. Ein Elfmeter schießen kann ich natürlich auch. Wird nicht der schlechteste Schütze. Natürlich auch cool für euch, aber nicht so cool für mich. weil ich hasse es, um Elfmeter schießen zu verlieren, da ich auch der Bessere war. Ah, schade. Aber das spielst du ja noch nicht rum. Das spielst du noch nicht rum. Kann noch viel passieren. Das war ganz schlecht. Jetzt laufe ich in dein Konto rein. Also, was er da macht, das ist gefährlich. Und was ich da mache, ist blöd. Ich brauche noch eine Flanke. Eine Flanke hilft schon. Boah. Boah. Manzu Kitsch. Nein. Das war die letzte Chance. Ah. Okay, Jungs. Jungs. Erstes Spiel gleich ein Meter schießen. Nein. Oh, fuck. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Ja. 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 Nice. Jawohl. Ja. Ganz stark, Neuer. Ganz stark. Manzu Kitsch. Ja. Yes. Wenn er den verschießt, habe ich gewonnen. Ja. Hat er aber stark gemacht, ey. Und wenn ich den reinmache, habe ich gewonnen. Das darf nicht wahr sein. Aber ich bin ja immer noch ein vorn. Ich bin immer noch ein vorn, glaube ich. Nein. Nein. Scheiße. Was? Oh mein Gott. Wenn ich den reinmache, habe ich gewonnen. Nein. Oh mein Gott. Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Das darf nicht wahr sein. Es war so klar. Ja. 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 Oh mein Gott. Bitte mache ich ihn rein. Bitte. Ja. 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 Yes. Leute. Das ist doch mal eine erste Folge, Alter. Das ist doch mal eine erste Folge. Das ist doch mal eine erste Folge. Gut. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.